der hat doch einfach wenn ihr lang ich will hier lang ich will hier lang auch wieder mit konnt kasse meckern muss sie alle töten sagt nicht mir bitte nicht mir ich brauche mir auch noch schwein gab crash ja kai lomatik glaube ich war ein optionaler stärkerer gegner drin gewesen ich weiß gar nicht mehr genau ja da tatsache level 17 den stammen uns aber oder versuchen zumindest ein bisschen glück habe ich auch noch in der welt meiner klassen vielleicht hast du das gerade vor ja auf meine 17 also eine höhe als nicht die letzten dem level bereich den habe ich nicht geschafft aber ich habe zu dem ein oder zwei klassen dazu bekommen könnte vergleichen mal schauen da fack nicht einschlafen ich würde dann sie machen ja das tut und was alleine direkt mal meine leute alle hallo ich kann nichts machen ich kann nichts machen juni thaiwan sie zu war auch total so ein kack eingeschlafen mitten im kampf und weiter aufgewacht nie wieder aufgewacht tot für immer wo man das war jetzt sechs auf einmal 66 durch unfair weil er gibt bestimmt gründe dafür was soll ich für länge aber sieben bin ich sogar schon mein ziel der besser weil überziehen ist nächstes upgrade für ganze sache und so weiter aber auch nicht hier schon wieder was mich es hat er lasst mich ich glaube sie lassen mich nicht was soll es da halt noch mal können wir mit lebende jetzt umgeworfen er ist tot nein juni diese über juni was lautet tanks denn hier nein es geht doch so nicht der hake seitdem man die angriff konzentriert und die an er geht dann bereits sein heiler oder so was im visier haben dann zieht der tänk ich unbedingt die aufwechserkeit gezielt für die weg auf sich war ähnlich angreifen einige attacken manche ziehen auch abend was er zum teil attacken wir es machen das ist ja auch klar ist also nicht nur guter so zu machen aber naja auf 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 die habe ich aufgelegt das ist mal frech ach ich finde wieder welche auch ein ich könnte aber ich auch ich konnte gerade leute auswählen die nicht im kampf drin waren war jetzt doch die leiter muss ich noch keine waffe gezogen hat ich weiß es nicht aber dann gibt es ja die option des dicks wieder strechen eigentlich nicht in ordnung zack 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 haben wir ja wir haben alles genau oben recht die zahl sagt ja auch die wege an kampf sind immer zwei haben wir immer noch zwei schon wieder zwei sagt jetzt mal fünf jetzt ist aber knapp wir sind sinnvoll sich hier selbst einzustellen weil man sich über die das werden angeboten wenn ich wobei hat man schon sie ist ja bei den hudin aber ich würde was im kohle daraus schaden nehmen theoretisch sagt 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 nein lebt noch das ist gut juni sind ja auch tot das heißt nicht oder juni ist also nicht schon wieder feiern ich muss mich hier weg sich hier von anfang mit dem ganzen nicht war es ist schon hart wenn so viel auf einmal die ein kloppen hier meine güte versteckt mich hier einfach hier funktioniert gut ich wollte man kaffee können wir aber hier jetzt dann bekommen wir ganz gut gute zuerst die klasse sehe ich glaube es geht ich glaube ich echt noch ganz gut hier auf level 10 kommen das wird 8 und 7 haben oder ja denke ich sollte der beziehen kann wo ich weiter machen zum boss um den halbwegs erträglich zu machen ich glaube ich kann uns mal einfach eine xp weg hat ja auch noch bis an also auch sehr praktisch dann läuft jetzt hat kein rein in der nicht im kampf ist jetzt folgt hat ein reinnehmen dachte aber nichts das war gut der letzte andere hat sich eingezogen auch in ordnung heim bei mir sagt sagt es war eine sekunde zu viel gemacht aber was soll es stirbt du boden rollen raupe ja aber die heiligen xp bis level nicht so mega hier braucht es ein bisschen mehr aber es hat einfach so neue klassen das stimmt irgendwie einfach nicht immer drauf da ihr kennt das spielchen ja wie doch einer der rast und durch besucher trittbett fahrer einfach ich kann ich leiden so was mehr klasse für alle mcp es ist einfach wie rein der rein so kam ich und zack rang 9 oder 8 erreicht rang 8 aber gerade so von 10 an sich gerade auch mal doch nicht mehr so gleichmäßigen zwischen der verteilung aber das war zu erwarten irgendwann der anfang ist hat immer recht fix gemacht hat dann nachher in höheren rängen der ganzen klassen merkt man die affinitäten der kartiere dann immer eher raus das darf ein tag darf ein tapper kapp und kapper matt und matter den kindern wir noch dann versuchen wir mal die riesenraube da vorne bevor ich zum offerer wird also damit so musikverschätzt ich mal das wollen wir nicht gute das wollen wir nicht weil kein mafra bekämpfen die hatte ich mal gezielt zum helfen das läuft noch nicht ist weg geraubt ob du nicht weg von mir schießt bestimmt schiss von mir habe ich gesehen achte kacke nicht gut nein kommt mir raufen extra gesäuert aber jetzt kommt die auch noch an bleibt wo ihr seid ja auch hier keine ungebete gestern so der nicht geil zack aber ich habe jetzt auch die ketten angriff war ja beim letzten boss nicht gewesen und natürlich ich habe höhere klassen das ist springen zwei dinge für mich dass ich den kampf eher gewertet jetzt nicht versucht habe aber das heißt natürlich nicht erst im gewinn deswegen garantiert ist ich hätte erst halb voll vor allem das erleben sind schon kurz vor rage modus knapp werden dem ob ich einfach wieder so geil man muss die spielerei einfach nur lieben wer sie tut der ist doof auch noah ist tot scheiße und zack nur liebt wieder an kett ist was voll sehr schön aber ich glaube ich hätte wirklich reichen eine halbe leben hat weil ich muss ein bisschen mehr darauf formen bevor sie aktiviere ich kann sie aktiviert muss weil ich habe sie ich habe sie ich habe sie passt auch da ist die kette er ist quasi rage modus kommt schon aber ich habe mich jetzt wieder einmal auskommt wir probieren es einfach in teil zwei und die als sie würde es reichen hätte man entsprechend die element durch jetzt hat man ja wenn der vb nicht mehr angriff für alle und 30 prozent oder fühlte ich abhäre 10 30 weiß ich nicht genau aber jetzt dürfte ich kann was nehmen eigentlich aber nehmen wir lands haben wir drauf mit rückangriff ne ich probiere schwanken mit ein bisschen bekomme ich schwanken applied und wenn ich dann nicht ja geil sauber ist nicht garantiert aber ist toll was passiert da auch natürlich jetzt umwerfen er soll durst und machte als heiler egal läuft passt ganz gut sogar mit ohnmacht heiler zum ende ist bis zum punkt der verschwendung aber ich könnte jetzt auch theoretisch juni nehmen oder aber ich weiß ich habe ich dann nachdem ich auch noch den auf dem boden habe deswegen lieber jetzt aufbauen ich habe es auch garantiert ist und ja sammeln die wut für dich mein kumpel 300 schaden prozent hier das wird nicht reichen das wird nicht reichen sehr gut zwei zurück jeder zieht gut von heiler auch nicht weh aber ich habe ja alle komm den nehmen wir ach mal okay er ist immer noch im ohnmachtmodus geil das hat schade jedoch auch rückangriff und dann ohnmachtmodus läuft einmal ein halber blühen bitte ich könnte jetzt nie nehmen ich jetzt glaube ich weil wenn ich jetzt in dem buch auf jeden fall schon über 100 prozent die beiden sind weiter aktiviert und müssen wir doch einer wieder aktiv ich kann noch nicht drunter machen das konnte dass er wahrscheinlich passieren wir probieren es aus das reicht das reicht uns sehr gut wir können sie da abschließen ist er seit ich glaube ich habe zwar seit angriff gerade das könnte funktionieren zurück sagt uri gut für dich mitten kurz vor meinem sieg dieses vieh ja ich muss angreifen das glaube ich ich könnte auch heilung machen falls er jetzt überlebt aber ich glaube das müsste doch klappen lieber angriff und normaler zum ende hin vom hammer auf die bietangriff hier sagt noch bauer hüttel und auch hier gibt alles kommt jetzt noch was oder nein doch nicht geschafft stimmt dass die kraft abschluss man ist ja gar nicht hier ist ja nicht zwei ist auch nicht was anderes aber wir müssen trotzdem besiegen eigentlich das sieht doch jetzt gut aus mit einem ziemlich zwar gut dabei aus mit mio die ist jetzt tot wirklich wieder juni best man ja und sogar schutzt irgendwas vielleicht gibt er mir sogar einen schönen kleinen bonus irgendwas was ich brauche ist schon nicht schlecht aber jetzt schaden landmonster ich weiß ja plant muss jetzt wirklich nur monster sind oder auch mechanische gegner oder keine ahnung was oder menschen menschen jetzt hier nicht das ist auch so ein spezielles ding wieder irgendwie ist auch ganz geil hält schaden pro gegner am kampf aber auch nur situativ gut oder nicht gut das ist der im ok gewesen bleiben wir mit dem was wir haben fast heute noch er wird sie erreicht mit 1 oder 2 leute bei dem postkampf aber das schaffen wir noch hier das liegt aber noch haben vorher ist so knapp könnte einmal den boss wiederbelebt noch mal kämpfen weil ich doch der kampf dauer zu sagen ich würde mal das ding aber schaffen da ich bin besser dabei aktuell wenn ich jetzt immer alles tötet ich gehe schneller die exp auf sicht statt dann doch neben wir zu überleben glaube ich das ist mir schon auf level 9 jetzt wieder klassen oder lansing bei der hat gelevelt hier wäre sehr lieber hier hat aktiv zu spiel das wäre super für mich wobei es eigentlich heißen würde ich müsste ich zum boss wieder meine klasse wechseln wir an das ich glaube von profitieren aber das muss da nicht sein mache ich nicht aber sie will ein paar punkte verfassen sonst aber ich habe ich habe damit kommen wir klar damit kommen wir klar was haben wir tatsache sagen neun schon sehr schön haben wir es ja gleich vielleicht noch fünf kämpfe oder so trauriges ritual übrigens sehr traurig bisschen mehr respekt und ehrfurcht bitte danke voll schon der krampf aber jetzt das zu schaffe ich schon mit den gegner aus wenn ich nicht sterben sollte was tut jetzt wohl nicht mehr reicht der mutter das noch 323 könnte noch knapp werden es sei denn ich belebt den bus wieder was ihr wieder tun könnte wenn ich wollte aber der kampf ist so lange dann einfach im xp boot ist auch gleich weg ist auch wirklich das ist auch so dinge was ich bedacht habe der klassenbalken geht zu gehen nach oben das was der weg weg ist da kann es vergessen ich müsste mich immer töten lassen aber den boss wieder beleben auf beides habe ich keinen bock also weiter lasst mich durch lasst mich durch das habe ich nicht einmal komponenten also trotzdem nicht reichen also nicht annähernd ha ha unmächtig loser dafür bleibt auch gut zu der nahe der da gerade ganz gut dass ich zu geben wir aber nicht mehr naja wir machen weiter ja ja doch vor allem soll noch vor der hülle sequenz aber egal ich muss trinkt die nächsten post durchbringen ich glaube dass die stelle ich haben wollte noch ein bisschen weiter kann sein ich bin mir nicht ganz sicher gerade aber im wesentlichen nach dem nächsten boss oder das spiel ist übernächsten kleineren boss da war der nächste was gewesen hat das spiel im original und mich angefangen richtig 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 aufzudrehen und bis dahin ein bisschen durchgequält also jetzt gerade geht es natürlich ich finde es gerade doch sehr cool weil hier auch weiß dass mich im spiel erwartet damals ein einstieg war es halt bisher noch ein bisschen träge für mich alles aber ich weiß was kommt und das ist einfach so mega und deswegen gefällt es mir besser als damals zum start ganz ehrlich ist es faszinierender effekt ja ich habe jetzt hingeben da gibt es noch zu gibt es doch einfach zu ihr wollt mir helfen ich habe meine freunde insgeheim ich meine für nur auch jetzt noch reichen level 10 zu erlebe 90 fliegen aber gar nichts tatsächlich glaube ich moment gar nicht wahr gar nicht wahr ich glaube das weiß nicht besser als ich ich glaube die statuswerte stiegen ein bisschen an bei level ups der rank der klasse klar nur alle fünf level gibt es boni für die skills aber ich habe jeden der weg aus dem bonuspunkt wie status sachen ein minuten hey time have you been here no then what the enemy's acting strangely something's off off how even when we engage the other soldiers don't provide backup it's like none of them have been given orders you're over thinking it i thought i was at first hey noah yeah i agree oh no was sagt er nicht cool ich müsse mal gucken nur aus kurz vor renko senners noch kürzer davor richtig richtig ganz kurzer vergleich screenshot durch das hier so die werte wir gucken mal gleich ob nach dem level ab von ihr von der von brand die wette steigern nicht dabei ist ja sicher aber hier sogar noch ein ding ist so noch bei dem teilweise welche teils echt die kopf nach dass ich so lange gespielt und hier mit du weißt schon was klasse als wir hier gesammelt gemacht los mit dem es heute das war es auch schon ich habe das zweite und schauen wir mal verkauft wie sein klasse ja werde steigen und zwar gar nicht mal schlecht 100 leben mehr sechs angriffen mehr heilkraft ist egal ein mehr geschickt ein bisschen mehr ag zwei mehr block also bleiben alle gleich okay das habe ich erwartet aber die normalen werte steigen tatsächlich mit level ab der klasse auch okay also bringt auch die zwischen schritte was das wollte ich was wissen dass ich war mir sicher aber so soll es ja auch sein finde ich also du hast halt noch mehr grund das mitzuleveln interesting mir war auch so aber ich war mir nicht mehr sicher also wenn du wirklich dann anfängst eine klasse wieder von null anzufangen wenn es schon auf 20 erst wieder irgendwann 20 haben kannst bist du nicht nur aufgrund der talente auch und das schaust wird halt einfach deutlich schwächer als vorher muss man immer bedenken man dann wie ich vorhin einfach wieder so ein boss angreifen will die er vorher konnte dann vielleicht nicht unbedingt kann also ja status werde steigen und zwar offenbar in recht guten maße sogar pro level und kann sein das auch alle fünf level wo er die ganzen attacke stecke werden auch der status boost größer das ist jetzt eine spekulation von mir das kann sein dass auch dann sprechen mehr bonus und drauf gibt die kino stein ja 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 mal ansprechend für ihr wisst schon zehn punkte und einmal handel raus und ansprechende typen dann gibt es noch mal was da hier bei ihm übersichtlich benutzen aber gut zu wissen ich glaube dass ich das nichts mehr mal gerade zu fühlen anfangen man also dabei ist es ist doch nicht ein ganz wissenswerter aspekt das ding ja auch weg einfach so gern geschehen 21 kann ich zufälligerweise noch irgendwelche tollen jubel herstellen oder verbessern wer ganz nekkisch aber nicht war auch nichts erwarten wobei ich habe keine spieler zylinder ist das problem gewesen ich weiß auch gar nicht herbekommen die zylinder für die quellen mich aber ich war selbst aufgeladen aber kein zylinder keine ahnung korke erbus xp ding abgeln und das hier und kann ich auch gar nicht sehe ich gerade weil mir eine ganze länger sie vielleicht spielt schön blöd ich würde aber ich kann auch so speichern naja flexibel ich müsste auch hier mal meinen oberen spielstand nach unten setzen mein unteren nach oben mein mittleren dann nach unten da habe ich hier eine bessere reihenfolge habe hier nicht nicht versehen ich über speichern irgendwann mal sie auch schon kommen sind kassel gut ist das ja wir sind die mutter in deren höhle ich sag's ja bloß ja haben wir können ja ich mache ja ich möchte das zpa feld gerade auf stimmt auch nicht weil ich gerade gesagt hatte sicher wie es noch level gestiegen natürlich da müssen verquatschen ich glaube der strauss muss dabei wegen level ab gewesen sie erst auch geschehen wie es aussieht habe ich gesehen gehabt ich muss vergleichen gleich wenn ich jetzt hinkammer also ein körper weniger mio der gleiche mit anderer hier ist der level okay es war abgewiesen okay schöner scheiß das dazu also wohl doch kein bonus wohl heißt nicht auf keinen fall trotzdem wie gesagt nach der mit hat das klick noch mal ein versuch ja 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 sei mal nicht so ich habe mich ja hab's ja noch mal rausgefunden doch so viel dass es ist doch doch auch startungsruf haben davon wenn du spiel zum spiel der feld er war klar jetzt heute was rausgefunden zu haben dann ist es schon wieder wahrscheinlich hinfällig schön blöd dann abgerankt aber das ist jetzt ein fuß gibt von level ab der klasse kann nur sehr minimal sein weil der generell aber ja auch okay war nicht mega baukeh war sagt ich bin ich gar nicht